Jo Leute was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft schnell und einfach. Heute werde ich euch alles zeigen was man über Kupfer wissen muss. Wir schauen uns also an wo man Kupfer am besten finden kann, wie eine automatische Kupferfarm funktioniert, was man alles aus Kupfer machen kann und wie die Crafting Rezepte dafür sind und auch wie Kupfer oxidiert und wie man das oxidieren beschleunigen oder auch verhindern kann. Mich würde mal interessieren wofür ihr Kupfer am meisten benutzt. Ich benutze es persönlich vor allem für Wege, weil ich den rohen Kupferblock ziemlich cool finde, aber wie gesagt schreibt mal in die Kommentare wofür ihr Kupfer am meisten benutzt. Kupfererze kann man zwischen den Ebenen 0 und 96 finden, wobei Kupfer hier am wahrscheinlichsten in der Mitte ist, also ungefähr auf Ebene 47 und 48 und je weiter man sich von dieser Mitte, also von 47 und 48 entfernt, desto weniger wahrscheinlich wird man Kupfer finden. Man kann Kupfer also auch auf Höhe 11 vom Stripmine nach Diamanten finden, es ist hier allerdings deutlich seltener als auf Ebene 47 oder 48 und auch auf diesen Ebenen, wo Kupfer am wahrscheinlichsten ist, ist Kupfer im Vergleich zu anderen Items nicht besonders häufig. Eisen ist zum Beispiel doppelt so häufig und Kohle sogar viermal so häufig. Man kann bis zu 16 Kupfererze bei einer einzigen Ader finden, wobei man beim abbauen ja auch nochmal zwischen zwei und drei rohem Kupfer bekommt und das auch nochmal mit Glück verstärken kann, da könnte man dann mit Glück drei bis zu zwölf Kupfer pro Block bekommen. Wenn man also richtig Glück hat und eine Ader mit 16 Erzen findet und dann auch immer richtig Glück hat und das Maximum also zwölf rohes Kupfer pro Erz bekommt, kann man insgesamt aus diesem Vorkommen 192 rohes Kupfer bekommen, also man bekommt aus einem einzigen Vorkommen bis zu drei Stacks rohes Kupfer. Man kann Kupfer mit einer Spitzhacke aus Stein, Eisen, Diamant oder Netherite abbauen und wenn man Behutsamkeit benutzt, bekommt man statt dem rohen Eisen tatsächlich den Erzblock. Man kann auch eine automatische Kupferfarm bauen, dabei ist es nämlich so, dass Ertrunkene in der Lage sind Kupferbarren fallen zu lassen, wenn sie sterben. Man könnte also zum Beispiel einen Zombiespawner so umbauen, dass die Zombies zunächst zu Ertrunkenen verwandelt werden und anschließend dann vom Spieler am besten mit Plünderungen drei getötet werden und so kann dann automatisch Kupfer gefarmt werden. Ein Tutorial für so eine Kupferfarm habe ich schon mal hochgeladen, das werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Aus dem rohen Kupfer, was wir bekommen, wenn wir Erze abbauen, kann man entweder zum Beispiel Blöcke craften, die finde ich persönlich als Wege ziemlich cool, oder man kann sie direkt in den Ofen packen, um dann Kupferbarren zu bekommen. Man könnte auch das Erz an sich, das man mit Behutsamkeit abbaut, direkt in den Ofen packen und würde dann auch Barren bekommen, allerdings ist es etwas schlauer, das Erz noch mal vorher zu platzieren und abzubauen, da ja theoretisch aus diesem einen Block mindestens mal zwei rohes Kupfer rauskommen sollten und dementsprechend würde man mehr Kupferbarren bekommen, wenn man das Erz noch mal vorher abbaut und zu rohem Kupfer macht. Man könnte aus den Kupferbarren denn mit einem Amethystschad zum Beispiel ein Fernrohr craften, damit kann man dann im Survival auch zoomen oder man könnte aus drei davon einen Blitzableiter craften. Dieser Blitzableiter zieht dann in einem bestimmten Radius die Blitze an sich und damit könnt ihr dann eure Häuser zum Beispiel schützen. Wichtig ist dabei, dass der Blitzableiter der höchste Punkt ist in der Nähe und so kann man den ganz gezielt zum Beispiel auch geladene Creeper oder auch braune Pilzkühe bekommen. Außerdem kann man aus Kupfer auch Kupferblöcke craften und diese Kupferblöcke kann man dann mit der Steinsäge wiederum zu geschnittenen Kupferblöcken machen und davon gibt es auch noch mal Slabs und Stairs. Besonders bei den Kupferblöcken und auch bei dem geschnittenen Kupfer ist, dass sie mit der Zeit oxidieren. Sie ändern also ihre Farbe von einem Orange-Braun hin zu einem Türkis. Dieser Prozess ist in vier Stufen aufgeteilt und es dauert um die 20 Minuten für einen Block, um eine weitere Oxidationsstufe zu erreichen. Man kann diesen Prozess des Oxidierens auch verhindern, wenn man möchte, dass die Kupferblöcke bei einer bestimmten Stufe stehen bleiben. Dafür benutzt man einfach Honigwaben und rechtsklickt sie einfach auf den Block. Man kann sie alternativ auch zusammen craften und das lohnt sich halt vor allem dann, wenn man sehr viele Blöcke gleichzeitig eben vor dem Oxidieren schützen möchte, dann sollte man es eher craften. Ansonsten könnt ihr es auch einfach wie gesagt pro Block anwenden. Man kann den Oxidationsfortschritt auch rückgängig machen, indem man mit einer Axt einfach Rechtsklick auf einen bereits oxidierten Block macht oder indem ein Blitz darauf einschlägt. Die Axt entfernt dabei allerdings auch das Bienenwachs aus hier raufgeschmiert haben und wenn wir nicht möchten, dass sich der Block weiter oxidiert, müssen wir ihn eben wie gesagt wieder neu mit Honigwaben einschmieren. Ein Blitzeinschlag kann übrigens nur bei den noch nicht gewachsenen Blöcken angewandt werden. Sind die Blöcke bereits eingewaxt, dann hilft auch dein Blitz nicht weiter. Das Oxidieren funktioniert übrigens nicht ganz zufällig, sondern die Kupferblöcke orientieren sich an ihrer Umgebung. In einem Umkreis von vier Blöcken in jede Richtung versuchen die Blöcke nämlich immer ein ähnlich hohes Level einer Oxidation zu haben. Wenn also bereits einer der Blöcke in der Nähe ein höheres Level erreicht hat, wartet dieser erstmal bis die Blöcke um ihn herum auch auf seinem Level angekommen sind, bevor er sich selber dann weiter oxidieren kann. Das sorgt dafür, dass die Blöcke generell immer auf einem ähnlichen Level sind, allerdings kann man es auch nutzen, um schneller zu oxidieren. Dabei platziert man dann einfach bereits voll oxidierte Blöcke um noch nicht oxidierte Blöcke drumherum und die sorgen eben dafür, dass sich die Blöcke, die noch nicht oxidiert sind, dann einfach etwas schneller oxidieren. Hier seht ihr, dass je mehr Blöcke in der Nähe schon oxidiert sind, desto schneller auch die neuen Kupferblöcke oxidieren und wenn noch gar kein oxidierter Block in der Nähe ist, dauert es wirklich deutlich länger. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal ein Hashtag Oxidation in die Kommentare und da würde ich sagen, viel Spaß mit dem Kupfer, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.